so hallo und herzlich willkommen heute werden wir zu dritt 150 koma kisten aufmachen das heißt jeder 50 der dennis mike und ich und gleichzeitig dient es als vorankündigung für mein 2000 abonnenten special das ganze wird ein live stream geben wenn wir die 2000 geknackt haben der soll dann irgendwie weiß ich nicht gucken mal vielleicht drei bis sechs stunden gehen oder so mal ein paar specials einbauen und in dem werden dann auch eine cobblestone kiste eine von diesen vier für die vorbeid quasi verschenkt und eine will ich vielleicht auch öffnen und wir überlegen uns noch ein paar andere sachen um das ganze ein bisschen spannend zu gestalten aber jetzt erstmal wenden wir uns zu den koma kisten 50 stück wird jetzt jeder von uns öffnen wir hoffen wir haben ein bisschen glück und fangen einfach mal an würde ich sagen seid ihr bereit die bock zimmer jetzt in jeder kiste einfach ein knife würde ich sagen also dann lasst uns in regen beginnen ja 321 los und es fängt mit der system log an ja läuft also wir haben ja ohne witz man die dualtin das dick der kotze ich auch schon ab wenn ich die Ja, das ist ja nicht schlimm, die sind ja wenigstens leade, die kann man ja kontraktieren, aber scheiße, jetzt ist das schrecklich. Scheißegal, Mann, jetzt hast du die richtige Stock. Okay, Nächste, ich sag jetzt einfach nur noch los und dann öffnen wir, okay, los. Wir wollen jetzt nicht 50 Mal durchzählen, Mann. Ja, das müssen wir einfach schneller gehen, ja. Deadly Poison. Katakom ist, das ist gar trendig. Okay, alles ein bisschen Trash. Okay, los. Die Muertos wäre geil, Dragon King, Galila, AWP, Messer, Deadly Poison schon wieder. Ich habe hier Erenity, die abgesägte Schrotflänse. Die Muertos habe ich ja schon und das andere Ding habe ich auch schon. Los. Los, ich habe schon nichts gedrückt. Was? Los. Oh Mann, chaotisch. Oh, nee, ist weitergegangen. Deadly Poison. Ein weiter, ey. Wow, fast eine Star Trek, abgesägte Schrotflänse. Zum Glück bin ich bei den Clock-Katakombs stehen geblieben. Ohne Witz, Mann, kannst du nicht brauchen, Mann. Okay, los. Wir machen das Ganze jetzt heute mal ein bisschen schneller, weil 50 Kisten, weiß nicht, sonst... Wenn wir so machen wie sonst, rumtrödeln, dann brauchen wir drei Tage dafür. Oh, komm, komm, komm. Was? Jetzt bleibt da einen vor dem Dragon King stehen, Alter. Oh Mann. Ich habe schon wieder eine MP9. Das heißt, aber du kriegst nachher eine... Mechthian Malachite. Malachite. Ja, die leuchtet grün, Alter. Ja, Mann, aber das sieht eigentlich auch cool. Habe ich auf dem Factory-Genur, bist du nichts wert. Okay, los. Ich habe schon wieder drückt. Ja, passt. Wollen wir einfach vielleicht wirklich so nacheinander direkt machen? Ich meine, wir dröhnen ja so zwischenzeitlich gar nicht rum und dann könnte man das vielleicht einfach wirklich selber so machen. Ob wir jetzt dann die eine Sekunde auf den anderen warten oder so oder einfach miteinander los machen. Also immer warten oder was? Los. Oh, da war gerade schon die Dragon King. Oh, da war eine Kartell. Badly Poison. Oh, 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 AWP in Manowar. What? Ansthaft. Ja, ist das gut? Ja, Mann. Geil. Leicht bei dir. Welcher Zustand? Bitte Factory-Nur, Mann. Wie sehe ich das? In dein Inventar und dann gehst du ganz links oben, müsste die dann sein, theoretisch. Außer du hast Chroma als Ding eingegeben. Minimale Gebrauchsspuren. Boah, das ist gut, Mann. Warte, ich check mal gerade, wie 30 ist. Boah, leicht, Mann. Boah, einfach so während des... Dat Silberlack. AWP Manowar. Richtig geil. Der ist doch noch nicht mal gerankt. Das ist der unranked Bonus. Weißt du, wie viele Stunden ich hab, Mann? Vielleicht vier. Ja, die ist 28 Euro wert. Okay. Boah, geil, Mann. Cooler Start auf jeden Fall. Los, 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 los. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich hab losgedacht. Ja, ich auch. Wir holen das Glück. Und ich hab immer noch wieder eine Deadly Poison, Mann. Ich hab so einen Deadly Poison-Streak einfach nur. Ich hab eine Scar 20 Star Trek. Stud-Trek. Was ist Stud-Trek? Stud-Trek zählt da eine Kills. Ja, man lernt auf jeden Fall, Dennis ist einer mit Jahren langer CSF-MH. Man kann richtig der Pro an. Okay, okay, los, 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 los. Uah! Das Glück. Herrlich, Alter. Ja, Mann. Warte kurz, warte kurz auf mich. Ich hab durchgeklickt. Okay, System-Lock. Okay, ich seh schon, wir müssen nachher kontrakten auf jeden Fall noch. Wirklich eine Quicksilver-Stat-Trek. Das Blöde ist, wenn du das Blaue... Ja, Mann, ohne Witze. Voll viele Lila, Alter. Das ist nicht gut. Okay, los. Go. Das Blöde ist, wenn wir das Blaue nach alles kontrakten, kriegt man wahrscheinlich eh nur die Dual Barrettas und abgesägte Schrotflinden draus. Oh, ich hab zwischen zwei Deadly Poisons ne Quicksilver bekommen. Ja, ich hab auch genau dasselbe bei mir. Oh, ne Witze. Bei mir auch, aber ich hab die Deadly Poison bekommen. Oh, Mann. Läuft, okay, los. Ich muss ein bisschen Tempo hier reinbringen. Ja, Mann. Katakombs. Star-Trek-System-Lock. Ich kann mit diesen schlechten Star-Trek-System-Locken nichts anfangen. Ja, Mann, das ist echt so abgefuckt. Okay, los. Ich mach jetzt eine schnell, ja? Nein. Nee, das mach ich nicht. Ja, dann mach eine jetzt schnell, ja. Ich bin Pock-A-Fringen, ey. Ja, Mann, ich auch, sonst kackt das rein. Das ist gerade 20 Grotto. Oh, ja, hab ich auch bekommen. Das hat Igel-Nigger gekriegt. Äh, Nigger. Echt? Gut, das ist noch die beste Lilane auf jeden Fall. Okay, los. Okay, los. Oh, da war gerade wieder die rote, Mann. Oh, ein AK-47 Kartell. Oh, komm, wenigstens die Malachit geht doch. Wieder die scheiß Grotto, Mann. Ich die Grotto hab ich auch gerade. Mann, die kackt rein. Die sieht eigentlich ganz cool aus, aber... Oh, kackt halt einfach noch rein. Okay, los, ja. Oh, Mann, ich mach nicht so einen Stress, Mann. Und wieder die Grotto, nur weil du so einen Stress gemacht hast. Scheiß Grotto. Naga. Echt? Geht's, Mann. Die Naga. Naga. Dennis, sag du doch mal go. Ja. Okay. Go. Oh, mein Gott. Das bringt dir zu viel Glück. Nein, tu das nicht. Die Malachit. Du hast wenigstens eine Manowar bekommen. Das ist echt cool, Mann. Ja. Ja, da kommst. Ja, ich würde auch gerne. Malachit. Okay, los. Macht ihr eigentlich die ganze Zeit Schlüssel oder macht ihr Key? Kisten. Kisten. System Lock wieder. Boah, die Moethos ist gefällt mir echt gut, Mann. Ich glaube, die würde ich auch spielen. Ja, die habe ich mir auch mal gegönnen. Okay, los. Das Unrank-Click. Ja, ja, ich habe schon gesagt, ja. Quicksilver. Ja, Mann, stimmt. Voll krass. Die Quicksilver. Schon wieder die Naga. Alter, du ziehst überhaupt keine Blauen, gell? Du hast keinen Bock auf die Blauen. Du ziehst einfach direkt die Lilianen und die Roten. Ja, ich habe gesagt, die Blauen sind scheiße. Okay, los. Halleluja, Alter. Die ganzen Lila... Was? Mein Gegenstab kann ich abrufen, wer ist das denn? Ich habe die System Lock gekriegt. Katakombs. Ausgekickt hier. Okay, los. Okay, Lava. Ich muss auch mal so ein bisschen was Rotes hier. Naga, bleib stehen. Nein, System Lock. Alter, fick dich. Oh, ein Voller-Mware-Toros. Ich glaube, das ist dann Lockes, die ist quasi von der Farbe, wo du bist. Ja, dann kackt trotzdem rein. Los. Ich glaube, wenn ich genug Muertos oder so zusammenbekommen, würde ich auch, glaube ich, contracten. Ja, Mann, auf jeden Fall. Sieht nicht gut aus. Es sieht echt nicht gut aus. Katakombs. Alter, ein krasser Blue-Streak, Mann. Ja. Okay, los. Ich glaube, ich habe ja wieder gehört. Ja, das ändert jetzt gleich, wenn wir so ungefähr bei der Hälfte angekommen sind. Nein, glaube ich nicht. Doch, dann kriegt Dennis nur noch die blaue und weh die lila. Moment, habe ich einen Dating-Poison-Bahn, ey. Grotto. Go. Oh, Stadtrack-Kartell. Stadtrack-Kartell. Echt? Hast du geriegt? Nein. Quicksilver. Ich habe auch die Quicksilver. Manchmal glaube ich, dass wir das gleich haben. So, warum habe ich dann noch die AWP-Männer-Bahn nicht bekommen? Los. Echt mal. So, ein Knife wäre jetzt gerne. Und vor allem mal ein gescheites Knife. Ich habe, by the way, das andere Knife vorverkauft. Das hat mich zu arg gefrustet, dass ich echt das Glück habe, ein Knife zu ziehen und dann echt das billigste. Das ist Frustfaktor. Deadly Poison. Okay, los. Warte, 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 warte. Oh, ich habe schon los gemacht. Ja, ich habe auch schon los gemacht. Oh, da ist die Galil gerade vorbei, die rote. Oh, Naga. Wenigstens mal was lilan ist. Zwischen dem Men-O-War und zwischen dem Boerthos. Ernsthaft? Ja, so eine Scheiße. Alter. Was hast du denn? Ein Grotto. Läuft bei dir. Freu dich doch. Alter, scheiß auf die Grotto. Go, ja. Alter, zwischen... Echt, jetzt ernsthaft? Gerade zwischen Men-O-War und... Alter. Krass, man. Ich habe wieder eine Grotto. Ich komme ja nicht mal in die Nähe von denen. Oh, jetzt legst du auch ein Tempo vor, man. Oh, jetzt sehe ich die ganzen Pinken dann vorbeifliegen. Ich auch gerade, ey. Oh, oh, abgesägte Schuhe. Deadly Poison. Wenigstens noch keine Star Trek, die Blauen. Ich spürf, voll blöd drüber, Freund. Keine Star Trek. Okay. Go. Boah, die Muertos. Katagoms. Nice. Ne, Quicksilver, Quicksilver. Alter, ich habe eine Naga. Alter, ich habe dreimal dann noch eine Naga. Naga. Dreimal. Ich sehe nur dreimal dieses Bild. Naga. Okay, los. Die kannst du dann nachher contracten. Wenn du die zehnmal so einen lilanen Gegenstand hast, kriegst du dann einen Pinken daraus. Boah, eine Naga nochmal. Schön, Mann. Ich habe noch eine Naga. Alter, geht ab. Machst nachher ein Naga-Contract. Das hat auch mit Naga zu tun. Also, Hamster. Ja. Naga. Okay, los. Ich wollte ein Naga runnen, Alter. Ja, Mann. Okay, ein System-Log vor der Kartell. Also, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie bis jetzt irgendwie so 20 Katakombs. Kannst du zwei Contracte machen? Los. Okay, los. Ich brauche auch mal ein bisschen Lack hier unten. Ernsthaft. Alter, ich habe die noch nicht mal gesehen. Die Quicksilver. Heute kackt es richtig rein. Ist er bereit? Ja. Los. Los. Ich habe nochmal schnell gemacht und habe eine Serenity bekommen. Ja, das mache ich nicht. Alter, ihr Gegenstand konnte ich abrufen. Desert Eagle Star Trek. Ja, Mann. Cool. Das gefällt mir. Die spiele ich auf jeden Fall. Mein Steam schwackt, aber mich wird automatisch in eine schnelle Runde reingeschmissen. No. Ist er bereit? Ja. Okay, los. Desert Eagle Star Trek ist okay auf jeden Fall. Und wieder eine Deadly Poison. Komm, 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 komm. Du, halt bei Reddust. Ja, aber wenigstens Lila. Die kannst du nachher echt contracten. Nein, echt darfst nicht. Was? Stopp. Okay, gut. Okay, ich habe jetzt Go gemacht. Ich war verwirrt. Warum hast du Stopp gesagt? Nein, ich habe auch gesagt. Das ist ein Lock. Boah, Quicksilber. Ich hätte mich sogar über die scheiß Dual Barrettas gefreut, Mann. Ich schaue mal eben kurz nach. Ich glaube, ich habe noch kein einziges... Ich gucke auch mal eben, was ich so bekommen habe bis jetzt. Wie sieht man das? Oben wieder ein Filter rausnehmen und dann kommen die ganz neuesten. Erworben, wenn du rechts oben bei Erworben drin hast. Wie, Mann. Abgenutzt, die scheiß Naga, Alter. Ich habe so ein Pech, aber auch... Einsatzerprobt. Abgenutzt. Ich habe eine mit minimale Gebrauchsspuren. Eine ist einsatzerprobt. Eine ist Fabrik Neuf. Welche? Desert Eagle. Ja. Wow, nice. Die ist auch ein paar Euro wert, glaube ich. Sechs, sieben Euro oder so. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Da war schon wieder eine Man-O-Wat. Ich glaube, die will mich trollen. Alter. Oh Gott! Nein, was? Alter, Mike, ich schwöre, ich komme vorbei. Ich klatsche dich. Ich klatsche dich weg. Ey, nein, komm, Mike. Alter, ich schwöre es dir. Ich habe so ein Scheißglück. Alter, was? Sagst du... M9-Bayonet-Dopper. Alter, du Wichser, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Jetzt langsam fange ich dich an zu hassen, Alter. Ohne Scheiß. Du bist doch so ein Scheißlacker, Mann. Alter. Ich kenne mich. Alter, du Wichser. Ey, ich schwöre es dir, Mann. Du bist doch, Alter, ein richtiger Knochen, Mann. Ey, Jungs, ist das jetzt was Gutes? Ja. Fuck. Mike, Alter. Du knackst richtig rein, du Pender, Mann. Ohne Scheiß, Mann, Alter. Ich zitter wieder auf meinem Leben. Alter, wie kann man das so als Scheißschwein haben, Mann? Das Silverlack ist real, Mann. Alter, nein, Mann. Alter. Du kackst richtig rein, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Du hast, glaube ich, mein Glück mit meinen Kisten, Alter. Nein, ich habe dir die Kisten gar nicht gegeben, aber die Schlüssel. Du hast mein Glück abgezogen mit den Schlüsseln. Oh Gott. Abgezogen von der Wortwitz mit dem Schlüssel. Alter, du Lacker, GZ, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Richtig krass. Richtig krass. Fuck. Alter, du kackst richtig rein, Mann. Oh, ich bin abzittern. Alter, ohne Scheiß, Mann. Wie kann man nur so ein Scheißglück haben? Oh, Gott. Okay, mal lass uns weitermachen. Ich brauche jetzt auch noch eins. Wenn Mike ist... Egal. Der kann nochmal 100 aufmachen und der hat es wieder drin. Ich glaube, dir ist wieder ziemlich viel was wert. Alter. Ohne Scheiß, Mann. Okay. Bist du bereit? Triffst du den Schlüssel benutzen, Knopf? Ja, ich treffe. Oh Gott. Alter, du scheiß Lacker, Mann. Ohne Fuck, Mann. Okay, okay. Lass uns losmachen jetzt. Los. Ich habe schon gedrückt. Ja, Mann. Alter. Du ziehst bestimmt eh nochmal einen Knife. Ich weiß das. System Lock. Okay. Ich bin fast so happy wie du. Ich habe auch System Lock übrigens. Ja, ja. Interessiert dich jetzt bestimmt auch noch? Oh Mann. Komm, noch ein Knife geht, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Oh Gott. Knife geht. Alter, Mike. Du Lacker. Ohne Scheiße. Alter, dafür hasst dich die bestimmt die Leute, die dich jetzt so beim ersten Messer schon so, oh was, da hat Silberlack. Ich habe schon zwei Millionen Kisten geöffnet und nichts bekommen. Und du ziehst aber jetzt direkt nochmal einen Knife. Ohne Scheiß, Mann. Okay, los. Also ich habe noch nichts, Alter. Ich habe echt noch nichts heute. So kalt einfach. So kalt. Oh, ich habe wie eine System Lock. Ich habe nur mehr Tops. Echt jetzt? Oh, für dich ist es ja kacke, gell? Es ist scheiße. So unter der Rot ist alles kacke jetzt. Okay, los, 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 los. Oh Gott, ey. Alter, ich schwöre, ich öffne nachher noch die 51, wenn ich jetzt nichts mehr rauskriege. Wow, wow, wow. Dual Barrettas. Urban Shock. Ja, kein Blau. Fuck, Mann. Oh, gerade hat sich meine Cam verabschiedet. Alter, meine Cam kackt auch so rein, Mann. Die kann mein Gesicht nicht mehr tragen. Okay, los. Ja, Cam, entscheide dich, Mann. Ob du nicht gehen willst oder ob du gehst. Katakom, Star Trek. Fuck off. Warte mal, ich stecke die mal eben kurz wieder außen ein. Vielleicht überlegt ihr es sich noch anders. Ach, du hast eine Facecam, oder was? Ja, Mann. Aber ist eh egal, weil ich freue mich eh nie. Weil ich nur scheiße kriege. Oh, scheiße, ich glaube, ich brauche langsam eine Facecam. Okay, los. Oh, okay, scheiße. So, eine Naga. Bestimmt wieder Battlescared oder so, ja? Ja, der kommt. Ich freue mich da gar nicht drüber, weil die eh so abgenutzt sein wird. Okay, los. Alter, Mike. Ohne Scheiß, Mann. Dat Lack. Erstmal gleich wieder mit dem Jochen sprechen, ey. Alter, üble Kacke. Es sind vier oder drei M290 System, äh, 49 System Logs hintereinander und ich treffe die Star Trek. Oh, fuck, Mann. Okay, los. Alter, die Kisten werden immer weniger und ich habe echt nur Müll gezogen heute und jetzt Quicksilver. Ja, ich habe auch Quicksilver. Oh, ey, Mike, die Nummer zieht heute nicht mehr. Oh, scheiße, ich habe voll viele Blaue, ey. Okay, los. Komm, wenigstens mal eine gescheite Pinke, Mann. Ich habe nur nicht mal eine Pinke. Ey, es ist, es kackt so rein heute. Quicksilver, alter. Ich hätte gerne noch eine Männowar. Naja, ist okay. Du kriegst auch noch eine Männowar, was? Du kriegst bestimmt noch ohne Witz eine Männowar. Ich würde mich über eine Telebox auch freuen. Die würde ich mir auch so, glaube ich, mal irgendwann holen. Eine Kartell vorbei. Aber es wird eine System Log oder Quicksilver? System Log. Oder das System Log. Alter. Ey, es kackt echt ran. Okay, Mike, wir müssen nachher noch die Aufwertung machen. Aufwertungsvertrag. Ich will die AWP Asimov oder die... Oder wir ziehen es gleich richtig durch und machen die... Welche war es? Masterpiece. Okay, los. Ich habe vergessen, los zu sagen, aber ich habe los gemacht. Ja, ich habe auch einfach... Oh, eine Katakombs. Weißt du... Es hätte wenigstens die abgesägte Schroffinde oder die Malachit in lila sein können. Nein, ich kriege die blaue Katakombs. Okay, los. 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 Los Santos. Quicksilver, Katakombs. Katakombs wird es. Alles kackt richtig rein, Mann. Nein, meine... Ich habe es gerade noch gar nicht so richtig begriffen. Meine... Meine... Meine Cam ist gar nicht kaputt gegangen. Ich habe die ausgesteckt, weil ich angefangen habe zu weinen. Ja, Mann. Okay, los. Ja, Mann, Alter. Wir müssen nachher erstmal gucken, was das Ding wert ist. Oh, Mann, ey. Das Lacke. Und wieder eine Quicksilver. Oh, ne Scheiß, Mann. Also, ich schwöre, wenn nachher nicht eine Dragon King Factory Nu rauskommt oder eine... LOL. Moethos rauskommt Factory Nu. Beim Aufwertungsvertrag raste ich einfach aus. Okay, los. Hallo, was ist das? Warte, warte, warte. Was? Mach mal. Aber bei mir passt es gerade irgendwie nicht. Bei mir findet der meine Strom ist auch nicht mehr. Ohne Mac 10 Malarit. Schön. Okay, zwei Kisten noch. Habt ihr alle noch zwei Kisten? Warte. Ne, warte, ich muss noch eine nachziehen. Warte. Okay, dann warte ich. Das bringt Unglück, wenn ich vorausstürme. Ich habe noch drei. Echt? Was habe ich gemacht? Warte, ich mache noch schneller auf. Alter, du hast so ein Lack. Das Lack. Ich fühle aber auch langsam mit dir, Uwe. Ja, man, bei mir kackt es recht echt rein. Ich habe noch nicht so das Hammer bekommen. Also, überhaupt nicht. So, das Knife, okay, aber das ist halt auch nur 45 Euro. Für das, was wir da reingepumpt haben, ist das so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ja, echt, Mann. Okay, ich wäre bereit. Okay. Los. Ja, letzten zwei, Mann. Die müssen jetzt noch ein Knife und irgendwie was Rotes. Ah, ne, es wird ne Grotto. Zwischen zwei Lila-Nin. Das wird ne Deadly Poison. Oh, Mann, kackt es rein hin. Bei mir ist auch ne Deadly Poison. All dazwischen der Naga und den Urban Shop. Okay, letzte Kiste. Ich nehme jetzt den Schlüssel zuerst und öffne damit die, ähm, ja. Letzte Kiste. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, los. Jetzt Knife oder was Rotes wenigstens. Ohne Witz, Mann. Nein, es wird ne Grotto. Alter, fuck off. Da ist noch ne abgesägte Schrotflitte. Ja, Mann, wenigstens was, ey. Okay. Hat reingekackt bei mir richtig. Bis zum nächsten Mal.